Sehr geehrte Damen und Herren, heute befinden wir uns in Lichtenworth, das Projekt, was wir auch schon länger schon anbieten. Jetzt sind wir vor Ort und hier möchten wir Ihnen eben zeigen, dass eben schon das erste Stock bzw. der zweite Stock und jetzt auch im dritten Stock eben schon die Arbeiten vorangehen, weil letztendlich haben wir gesagt, Ende dieses Jahres möchten wir hier die Schlüsselübergabe machen. Wenn Sie jetzt mitkommen, wie gesagt, wir sind jetzt gerade im Wohn-Ess-Bereich, also sprich hier wird eben das Wohnzimmer sein, dann hat man die Möglichkeit, dass man den Garten rausgeht, natürlich ist jetzt alles hier chaotisch, Baustelle, aber wie gesagt, der Grund ist ja, dass wir halt eben mal kurz hier zeigen, dann geht es dann weiter, dann haben wir hier das weitere Schlafzimmer, die halt eben vom Wohnzimmer begehbar ist. Da haben wir auch wieder ein großes Fenster, der gartenseitig schaut bzw. auch eben die Adler-Tor-Gasse in Lichtenworth, weil da befindet sich unser Projekt. Dann gehen wir weiter, wie gesagt, alle Wohnungen sind ident, natürlich dann eines Seitenverkehrt. Wir haben ca. 61 Quadratmeter groß, ist es, besteht aus zwei Schlafzimmern, eine Wohnküche, das ist die weitere, also das weitere Zimmer, wir haben hier, das ist halt das Kinderzimmer oder Arbeitszimmer, wie auch immer, wie Sie es nennen wollen, auch ein großes Fenster, auch wiederum, was halt gartenmäßig rauszieht. Das wäre halt eine Gartenwohnung und hier sagen wir, die Preise ab 159, die Wohnungen belagsfertig, eben ab ersten Stock, hier unten haben wir ab 169.000, ab den Preisen belagsfertig wird es übergeben und wie gesagt, Gartenanteile sind ungefähr ca. 60 bis 80 Quadratmeter, das eine ein bisschen größer, das ist ein bisschen kleiner. Dann geht es wiederum weiter, wie gesagt, da haben wir jetzt das erste, ein Schlafzimmer, das zweite Schlafzimmer, Wohnküche und hier dieser Korridor führt uns dann zum Eingang, sprich hier haben wir dann das Bad und die Toilette und hier wäre eigentlich ursprünglich der Eingang. Wie gesagt, hier komme ich dann rein, das ist nochmal die Adlertorgasse, man kann auch hier dann zeigen, wir haben dann die Kirche gegenüber, es ist Ruhelage, weil unmittelbar gibt es dann nachher nur ein, ein zweites, zwei Häuser, dann ist die Au, Naturschutzgebiet, da kommt dann eben der Stiegenaufgang und dann erst der zweite Stock, hier kommen sechs Wohnungen, zwei Gartenwohnungen und vier weitere Wohnungen mit dem Balkon, die Quadratur der Wohnungen hat 61 Quadratmeter und ab 159.000 Euro wären wir dabei. Wenn Sie diesbezüglich weitere Fragen haben sollten, bitte rufen Sie uns an, Dream Immobilien, Özmen Erkan, begrüße Sie.